Tja, das stimmt. Orange werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Ich will da rauf. Verdammt. Okay, Mann, der kann da gar nicht rauf. Warte mal. Ah, stimmt. Wo müssen wir denn hin? Ich hab ne Idee. Du musst da hochfliegen und dann musst du da runterfliegen. Ah, warte mal. Du musst dein Portal jetzt gleich, wenn ich dir Bescheid sage, schieß mal eins schon mal hier hin. Ja, ich weiß. Ist es ganz oben? Nein, was? Nein. Super. Ich muss doch noch da und den Würfel holen. Deshalb musst du da eines erstmal hier hinschießen. Und gleich dein anderes da hin. Gleich. Wieso das? Mach einfach. Ich hab's rausgefunden. Okay, auf die Plätze, fertig, jetzt. Was? Nein. Du hättest dich darauf stellen müssen. Fuck. Nein, wir... Doch, du hättest dich darauf stellen müssen. Ach so, ja. Warte mal, hier ist mein gelbes, ne? Rot ist hier, gut. Sag doch Bescheid, Mann. Hat doch viel mehr funktioniert. Komm her. Das müssen wir zusammen machen. Das müssen wir zusammen machen. Schieß dein Portal da hin, der andere ist. Obwohl nicht, warte ich muss das eh machen. Stimmt. Ich bin direkt unter dir. Ah, warte. Wir haben Fehler gemacht. Ne, doch nicht. Okay, bei drei schießt du dein Portal unter uns. Okay. Warte mal, welches ist hier unten? Das rote, oder? Ich muss das helle, dunkel. Ja, ist rot. Bei drei musst du das helle unter uns schießen. Eins. Warte. Das dunkle musst du unter uns schießen. Das dunkle mein... Eins, zwei, drei. Nein, ver... Ich bin... Und tschüss. Geht, das war jetzt... Du hast mich voll gedeckt. Okay, ich schieß jetzt das blaue unter dich. Neu. Bist du drin? Neu, du? Ja. Ja, du deckst mich immer so ab. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich will, dass ich ein bisschen so zur Seite gehe, damit du schießen kannst. Ja, jetzt bist du toll. Komm hoch. Ich kann schießen, nur ich knall mal auf deinen Kopf. Geh los. Nein, zwei, ach so. Jetzt haben wir es. So hat zwar der mit Buggy aus, aber egal. Das ist, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Also ich vertraue mich im Zweierpack. Au. Oh, morgen arbeiten. Scheiße, ich muss nur eine Wäsche noch in die Waschmaschine packen. Ne, die trocknen, meine ich. Oh ja, Mom, unbedingt ausschlafen. Hm. Egal, ich hab halt Ferien. Hm. Sommerferien. Und Philipp hat die ganze Zeit Ferien? Ne, du nicht. Ich habe leider den Anfang verpasst. Loll. Ich habe jetzt gerade der Montage. Da hinten war, glaube ich, nicht. Da oben ist ja nichts da. Wir denken, es reicht. Oh, heute. So. Nein, wir schießen einfach in die Portale hin. Und dann muss das... Ich spring da einfach erstmal rein. Du schießt da erstmal so ein Portal hin. Ich brauche ja beim Würfel, glaube ich. Nochmal. Warte, der kommt hier oben raus. Da. Du musst dein Portal da hinsetzen. Kommt hin, ne? Ja. Ist der drin? Ja. So, wo muss der hin? Frag mich nicht. Da muss er hin. Jodlol, wieso wir das denn schaffen? Oh, warte mal. Ja. Das ist gut. Ne, warte andersrum. Genau. Jetzt macht dein... Warte. Jetzt macht dein hellblaues Portal da oben hin, wo du es eben hattest. Oh, kommt hin, ne? Komm auch darüber gesprungen mit dem Sprungding. Wie? Ja, du musst wahrscheinlich... Nein! Du falsch warst. Nicht so... Nein, komm zurück. Das war richtig so. Ja, aber... Komm her. Weiß nicht. Komm her. Du willst, dass er das jetzt zusammen wieder machen. Was? Nein, du solltest hier reinkommen jetzt. Das ist die Lösung. Siehst du da? Kann ich einfach da hinmachen. Ich bin da ein bisschen... Aber... Ich bin da nicht... Biss nicht... Wair... Biss nicht... Wair... prägen und die von der schlimmsten sorte das hier guck mal jetzt ihr werdet euch dabei hier tun und das wird mich in verzickung versetzen verzickung? verzickung? guck mal hier nass ich kann es mir leisten jetzt so was ich hab tausend schritte mehr als sprinte peabody und atlas ich find peabody geiler peabody sieht scheiße aus peabody passt überhaupt nicht der name passt überhaupt nicht zu dem typen das ist doch scheißigere saubert überhaupt einen ham ham orange wie gut kennst du blumen wirklich? vertraust du blumen? oh gott das kann man mit ansaugen und so machen ja das ding hier ist eigentlich ganz schwierig ich hab das jetzt noch nicht verstanden was ist denn hier? nichts wie sollen wir denn bitte da hochkommen? ah warte ich mach ich mach fick dich du sterbst aber nicht davon oder? das dauert ja voll ewig kann ich die würfe haben oder? du kannst jetzt da kannst da runter gehen runter warte geh in die andere rein warte ich warte zurück das bringt uns das eigentlich nichts wenn du würfel hier hast da muss er hin wird sie gelöst wir müssen jetzt hier raufschmeißen das müssen wir nur noch warten verdammt ich darf nicht spielen ok ja lass ich jetzt springen oh schon wieder zwei schritte ich frage dir orange gerade ob er dir vertraut oh so schön ich kann springen oder du nicht du bist mein lieblingstest subjekt ich bin ihr lieblingstest subjekt da ist halt die Fresse ach ich sag sie nur so die kennt dich ja gar nicht richtig ich bin eben nicht so ein Eierkopf Eierköpfe sind geil so choец das ist mir an blue noch gar nicht aufgefallen blue möchtest du etwas sagen ja du musst machen oder ich ich sag mal dabei na dieses mal will ich wieder fliegen na tschüss ja wenn du fliegen willst dann musst du daheim ich warte ja ich warte ja was war es Boris Mann ey man guckt ja einfach wo irgendwo eine portalfreundliche Fläche ist und wenn man die gefunden hat jetzt mal einfach zwei Portale Alter was ist das hier das sieht nicht gut aus What the fuck ja das ist ja und jetzt Dom ist er ein Schalter ich weiß wie ich hab's rausgefunden Mann das ist aber dabei ewig immer nein hier ist sogar ein Schalter was kann ich denn mit dem Schalter machen boah ich musste ja auch noch durch ja jetzt musst du Blu hört dich nicht furchtbar wirklich böse kleine Maschine hier runter ja alles nice blu fühlst du dich von Orange betrogen wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt ja morris gesagt würde er nie der Montagestation erreichen oh man morris ja hallo was erzählst du denn so für Dinge über mich hintergeh dich immer weißt du doch weißt du doch anderen übertrumpfen nö als wärt ihr nur Maschinen nein da musst du nö ich wollte dich gerade hin aber der Scheißteil war im Weg das ist wahrscheinlich für den Rückwärtsgang das ist wahrscheinlich für den Rückwärtsgang kannst du dann ja so warte so über dir ist ne das bringt mir irgendwie gar nichts ok was soll mir das denn bringen noch mal zurück noch mal zurück noch mal zurück was soll mir das denn bringen stichst du das vielleicht muss ich da ja ich kann mal ein portal ich sehe schon warte ich hab's gefunden ja mach mal so nein andersrum was musst du hier hin und ich muss da ne über dir kann ich lang da kann ich ein portal raus doch nicht doch doch du musst doch hier hin und ich muss da zurück bist du ja jetzt auf der Gesicht da hast du ok nochmal zurück ja ich bin mein du musst hier hin und da muss ich das machen aber das das bringt ja nicht viel wenn du jetzt durch die Stiftung gehen die beiden Portale weg nicht ja das ist das ist das ist Vielen Dank.